Katalog Nummer 17 Katalog Seite 124 Nummer 17 ist ein Hengstfohlen von Crumble aus der Exter von Contender Queen Lord Raimond Stamm 18a2 Züchter und Besitzer ist Heinrich Früchtenich aus Heist Das Fohlen wurde geboren am 28. Februar Züchter und Besitzer Züchter und Besitzer Herzlichen Glückwunsch an den Züchter Heinrich Früchtenich seit Fohlenes und Besitzer